Was ist das Leben? Eine Laune, die sich jeden Tag ändern kann. Menschen, Einflüsse, sind wir stark genug? Jeden Tag aufs Neue können wir uns treu bleiben? Wissen wir überhaupt schon, was unser Ich ausmacht? Wollen wir vermeiden, dass unsere Ecken und Kanten geglättet werden? Oder sehnen wir uns danach, dass das, was wir als Fehler betrachten, mit Hilfe eines anderen zu verlieren? Oder haben wir das Glück, vom anderen zu erfahren, dass unsere Selbstzweifel nur selbstauferlegte Einschränkungen sind, derer wir gar nicht bedürfen? Das ist ein, was wir als Fehler betrachten, dass unsere Selbstzweifel nur selbstauferlegte Einschränkungen sind, als dass der Einfrau unseres Öffsens um einvergleichen ist, dass die Selbstzweifel nur selbstauferlegte Einschränkungen sind, dass der Einfrau unseres Erfrau uns um einvergleichen ist. Vielen Dank.